Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ein Foto, die Dame? Wenn Sie sich nur einmal mit ihr treffen könnten. Liebe Dadi, Shalam Aleikum. Ich habe ein Mädchen kennengelernt. Ich schicke dir ihr Foto und hoffe auf deine Zustimmung. Und wie haben wir uns kennengelernt? Was sagst du ihr? Erzähl mir mal, wie ihr euch kennengelernt habt. Ich habe das Foto dann angesehen und habe mich darauf selbst nicht erkannt. Das Mädchen, das sah viel glücklicher aus als ich. Kannst du noch mehr Fotos von mir machen? Klar, mache ich. Ein bisschen näher zusammen. Hast du Angst, dass sie dir einen Stromschlag versetzt, ja? Lächeln bitte. Konntest du kein weniger hübsches Mädchen finden? Was? Sein Sohn geht bald in die USA. Da haben wir uns gedacht, ihr könntet euch vielleicht euch mal kennenlernen. Das Leben ist so unvorhersehbar, mein Kind. Ich würde ihr einfach die Wahrheit sagen. Er hat das spitzbübische Lächeln seines Großvaters geerbt. Zeig es ihnen, zeig's! Das Espiritische Lächeln surgical debut. Das ist es lieblich!